Ihr wollt wissen, was das mit dem Kabelsalat hier am Boden auf sich hat, was ich euch damit noch mitteilen möchte. Oder ihr wollt die Fragen beantwortet haben, wo unter dem letzten Video in den ganzen Kommentaren stand, was Einspeisung, EcoFlow im Wohnmobil alles zu berücksichtigen ist. Da habe ich einige Kommentare bekommen. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Und ich habe dafür auch noch ein paar Antworten und ein kleines Update. Oder ihr wollt die Geschichte noch hören, was ich in eigener Sache zu sagen habe und was es als nächstes Video gibt. Dann bleibt unbedingt dran. Herzlich willkommen bei einem neuen Video von Mika Caravan aus Dinkesbühl. Super geil, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr da seid und schon mal dafür. Das soll ein kleines Update-Video werden, weil unter unserem letzten Video über das Einspeisen im Wohnmobil über eine EcoFlow gab es so viel tolle Resonanz von euch. Und natürlich auch ein paar kleine Fragen und die möchte ich mit diesem Video jetzt letztlich beantworten. Auch habe ich aber eine kleine Herzensangelegenheit in eigener Sache. Kürzlich habe ich ein Telefonat geführt mit einem Kunden bzw. meiner Mitarbeiterin. Da ging es um Trenntoilette und ein paar andere Kleinigkeiten. Und leider haben wir die Trenntoilette nicht da gehabt. Somit hat er dann gesagt, okay, nee, dann lassen wir den ganzen Auftrag. Wenn ich die Toilette nicht verbaue, dann hat sich das erledigt. Okay, ist verständlich, weil dann muss er halt woanders hingehen bzw. sucht sich einen Partner, wo er alles in einer Hand hat. Was ich ja verstehe. Doch was ich nicht mehr verstehe ist dann das. Eine einsternende Google-Rezession. Der Stern, lassen wir mal dahin gestellt. Aber jemand sich den Aufwand macht, sowas überhaupt da reinzuschreiben. Das ist mir ein No-Go. Und dann quasi sagt, ja, irgendwie zwar tolles Telefonat, aber eigentlich, ja, denken Sie, wollen die nur ihre eigene Sachen verkaufen. Ja, natürlich wollen wir nur unsere eigenen Sachen verkaufen. Und ja, wir sind eine Firma, wir sind Geschäftsleute. Und ich muss gucken, dass wir auch betriebswirtschaftlich denken. Was ist daran bitte verwerflich? Habt ihr schon mal erlebt, dass ihr bei BMW ein Mercedes kaufen könnt? Hallo? Was ist hier falsch? Also, was ist bitte bei meinem System falsch? Erwartet jetzt wirklich jemand, dass ich alle Trockentrenntoiletten auf dem Markt hier in meinem Laden habe? Oder verbaue? Nein, tue ich nicht. Kann ich auch gar nicht. Der erste Punkt. Der zweite Punkt. Und nächste Google-Rezession, was aber auch die erste betrifft, mitgebrachte Ware. Ich würde keinen Rücksicht nehmen auf mitgebrachte Ware, beziehungsweise warum verbaue ich denn nicht die Trockentrenntoilette, wenn es der liebe Kunde besorgt? Ganz einfach. Leute, lernt doch mal Gesetz und Regeln. Ich kann es nicht tun, weil ich dann in der Haftung bin bei diesem Produkt. Scheißegal, was ihr mir unterschreibt oder auch versprecht oder sagt. Wenn ich eine Toilette, die ihr mir mitbringt, weil ihr die bei Amazon, Ebay oder egal wo gekauft habt und ich würde die einbauen, dann obliegt auch mir diese Haftung. Erstens, zweitens haben wir das nächste Problem. Stellt euch mal vor, mein Mitarbeiter, weil auch wir nur Menschen sind, passiert ein Fehler beim Einbau. Toilette funktioniert nicht richtig, Toilette ist falsch, Toilette hat einen Fehler oder Toilette ist kaputt durch uns. Was passiert dann? Es ist für mich ein Horrorszenario, weil ich nur Ärger habe, nur drauf zahle und davon kann ich nicht leben. Und fragt mal bitte andere seriöse Firmen, ob ihr da eure eigenen Dinge mitgeben oder mitnehmen könnt. Ja, es machen ein paar, ich weiß es, aber seid mir bitte nicht böse. Wir werden es nicht tun. Ich habe es anfänglich getan, bin zweimal voll auf die Nase gefallen und das ist dann eben genau der Punkt, wo ich sage, ach, ihr müsst doch auch akzeptieren, dass ich verschiedene Dinge einfach nicht mehr tue. Ihr könnt auch bei BMW nicht eure Zündkatzen mitbringen und die schrauben euch die rein. Macht der im Leben nicht. Also sorry, es machen vielleicht ein paar freie Werkstätten, aber das war's. Und so funktioniert auch Betriebswirtschaftlichkeit nicht. Und ja, in meinem Angebot kann ich Rücksicht nehmen. Nein, werde ich keine Rücksicht nehmen, weil ich mitgebrachte Dinge schon gleich gar keine mitgebrachten zweieralten Akkus verbau. Oh, werde ich nicht tun. Kann ja der Kunde selber verbauen, aber ich kann es nicht verbauen. Sorry, Leute, es geht einfach nicht. Wenn die Akkus schon eingebaut sind, ist das ja eine ganz andere Nummer. Dann bleiben die natürlich drin, ist doch ganz klar. Aber bitte hier die Sachen anschleppen, ich soll sie einbauen. Es geht nicht. Und ich hatte da vor längerer Zeit schon mal ein Video drüber gemacht, was rein haftungstechnisch ein Problem ist. Zum Zweiten sind wir auch ein Betrieb, der Geld verdienen muss. Sonst gibt es unseren Betrieb irgendwann nicht mehr. Und wenn ich jetzt nur noch Artikel verkaufe, wo mitgebracht werden, wo ich an dem Artikel nichts verdiene, dann kann ich mir weder die Halle noch die Mitarbeiter noch sonst irgendwas noch leisten. Also so funktioniert es nicht. Und so funktioniert Betriebswirtschaft nicht. Und ich weiß nicht, was daran so schwer ist. Das ist eigentlich ein Grundschulthema. Und was das ein Sterne Google-Rezession wert ist, sorry, Leute, das verstehe ich gleich dreimal nicht. Weil da haut es den Fass für mich, den Boden aus. Das ist was, was ich überhaupt nicht teilen kann. Also überhaupt nicht. Sich dazu die Wühe zu machen, weil nochmal, wenn ihr bei Aldi einkauft, ihr kriegt auch das Aldi-Sortiment nicht bei Lidl oder bei Edeka. Auch das geht nicht. Manche Dinge sind parallel. Ja, weil wir die haben, weil die andere auch haben. Manche Dinge haben nur wir. Manche Dinge habe ich eben nicht. Und das wird auch immer so bleiben. Und das, sorry, das ist einfach so. Genauso wie ich verschiedene Lithium-Akkus nicht mehr anbiete, habe ich meine Erfahrungen gemacht, werde ich nie mehr tun. Und genauso wie wir andere Dinge einfach nicht mehr tun. Und ich bitte euch, das einfach auch zu akzeptieren, weil ich, ich, ich geht nicht. Also ich muss ja offen irgendwas leben. Und es ist traurig genug, dass ich überhaupt hier vor euch stehen muss, und das so zu sagen, allein das finde ich schon traurig genug, weil ich heute in der Geschäftswelt oder an der Menschheit wirklich zweifle und auch gar nicht mehr verstehen kann, warum man nicht einfach akzeptieren kann, wenn ich sagen kann, du, tut mir leid, ich habe das nicht. Ich kann dir das eine aber jetzt auch nicht besorgen. Und nein, wenn es du besorgst, kann ich es dir aber auch nicht einbauen. Weil dann, wie gesagt, Haftungsproblem, Garantieproblem und, und, und. Dann gibt es nämlich die Fehler, die dann eventuell am Einbauer liegen beziehungsweise nicht am Einbauer liegen oder doch an der Toilette liegen. Und schon hat man Streitfälle. Und ich habe dann den ganzen Ärger und das Ganze am Hals, obwohl ich an der ganzen Schoße Sache jetzt einmal außer den Einbau in Anführungszeichen kein Geld verdiene. Sorry, Leute. Das ist weder betriebswirtschaftlich noch ist es irgendwo sinnvoll für mich. Und ich glaube, ihr versteht wirklich, dass auch ich von irgendwas leben muss. Und nein, wir knabbern nicht am Hunger durch. Das will auch kein Mensch sagen. Aber was ich damit sagen will, ist einfach, dass ich so in die Firma, so in die Richtung einfach nicht lenken kann. Somit ist für mich das Thema abgeschlossen. Gut, wer meint, er muss mir dafür einen Stand geben, haut rein, gebt mir weiter einen Stand. Das ist mir dann folglich auch wirklich egal, weil das ist was, was ich nicht verstehen kann. Also da fehlen mir alle Worte. Aber jetzt wieder zum Guten. Das war in eigener Sache und jetzt gehen wir ums Eck. Thema EcoFlow. So, hier haben wir unser EcoFlow stehen, beziehungsweise eine ganze Armada von EcoFlows, wo wir anbieten, wo auch wir jetzt im Programm haben. Und da sind wir auch wirklich stolz drauf. Es sind tolle Powerstations, sehr gefragt, sehr gute Qualität. Kann man nicht meckern. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Powerstations. Aber wir haben uns aus verschiedenen Gründen erst einmal von der Vielfalt, was hier zur Verfügung steht, auch mal für die EcoFlow entschieden. Punkt 2. Hier haben wir unser Adapterkabel. Verschiedene Leute von euch kennen das schon. Dazu hat es jetzt zwei, drei Fragen gegeben. Die erste Frage dahingehend war, kann ich, wenn ich die EcoFlow hier am Stecker, zack, jetzt am Wohnmobil angeschlossen habe, Entschuldigung, auch gleichzeitig die EcoFlow wiederum am Landstrom, beziehungsweise zum Laden ans Netz hängen. Ich habe es mit zwei EcoFlows ausprobiert. Ich habe es selber ausprobiert, bevor ich euch was sage. Ja, es geht. Ohne Probleme. Ihr könnt die EcoFlow zur Einspeisung vom Wohnmobil nutzen und ich kann gleichzeitig dementsprechend die EcoFlow wieder laden. Das geht definitiv. Habe ich getestet. Funktioniert einwandfrei. Nächste Frage war, wenn ich die zur Einspeisung in mein Wohnmobil nutze, Kann ich denn die anderen Steckdosen trotzdem gleichzeitig im äußeren Bereich nutzen? Da ist meine Antwort ganz klar, nein. Weil wenn ich die anderen Steckdosen dann trotzdem ja ganz normal weiter nutze, habe ich ja wieder den fehlenden Schutz. Also letztlich gibt es dann auch dafür wieder spezielle Möglichkeiten. Aber in dem Konkreten, nein, sollte ich natürlich nicht machen. Die nächste Thematik war oder auch eine Frage war, wenn ich die EcoFlow in meinem Wohnmobil nutze, zum Einspeisen über unser Adapterkabel, wo wir hier liegen haben, kann ich dann oder brauche ich dann einen Erdspieß? Nein, natürlich nicht. Man braucht hier keinen Erdspieß, weil das erledigt ja unser Kabel mit einem integrierten Fehlerschutzschalter, wo genau dieses ja simuliert, sprich vermeidet, dass ich eben keinen Erdspieß brauche. Was ich aber glaube, in meinem ersten Video auch schon so grob erzählt habe, beziehungsweise gesagt habe, dass das eben komplett ohne Erdspieß geht. Ich tue einfach mit dem Adapterkabel ins Wohnmobil einspeisen und simuliere, ich nenne es jetzt einfach mal simuliere, unter den Fachleuten ist das die klassische Nullung, dementsprechend dann die Erde und alles ist safe und alles funktioniert ohne Probleme und einwandfrei. Dann natürlich die meistgekehrte Frage und dazu gibt es aber später nochmals ein Spezialvideo, ist, kann ich die EcoFlow auch im Fahrzeug so verbauen, anschließen, dass ich die im Fahrzeug einspeisen kann, weil natürlich die EcoFlow draußen stehen zu lassen ist nachts und bei Regen natürlich ein bisschen schwierig. Ja, auch da gibt es eine Möglichkeit, ist aber dann nicht mehr ganz so einfach wie mit diesem Adapterkabel. Wenn es denn reicht, ja, ums Eck rum und dann von innen wieder nach außen führen, dann geht natürlich auch das. Und da dazu nur eine Zwischenfrage, ich bin auch gefragt worden, kann man denn die Kabel auch beliebig langwellen? Ja, natürlich, man kann die Kabel auch länger machen, das ist überhaupt kein Problem. Ist dann auch bei uns dann einfacher Sonderbestellung, einfach kurze E-Mail machen, dann bauen wir euch ein Kabel, wo halt diese Seite wesentlich länger ist, Meterzahl könnt ihr angeben, bis zu 10 Meter, möglich, überhaupt kein Problem. Aber nochmal zurück zu der Eingangssituation oder Eingangsfrage, kann ich denn eine EcoFlow auch im Innenraum des Fahrzeuges verbauen? Ja, dann sind aber ein paar andere notwendige Möglichkeiten oder notwendige Vorkehrungen zu treffen, so muss ich sagen, weil wir ja hier wieder in den Landstrom eingreifen. Also, dazu brauchen wir so ein Kästchen, das nennt sich eine Netzvorrangschaltung. Denn mit dieser Netzvorrangschaltung kann ich jetzt nämlich gewährleisten, dass ich einmal die EcoFlow in mein Wohnmobilnetz ohne Probleme einspeisen kann. Und zwar wieder hier über dieses Kabel, wir haben jetzt hier so eine Steckverbindung gemacht als Demonstration, das hier kommt in die EcoFlow, dann geht er wieder durch diesen FI, wo dann dementsprechend die Verpolung stattfindet, damit das Ganze wieder safe ist und der FI dann auch ausspringt. Wenn ich aber das Kabel jetzt einfach irgendwo einspeise, dann hätte ich ja einfach zwischen dem Kabel Landstrom-Eingang, hätte ich ja das Problem, so wie ich die EcoFlow einschalte, habe ich draußen auf der Steckdose vom Landstrom rein theoretisch ja Saft drauf. Das geht natürlich nicht. Also brauchen wir eine Netzvorrangschaltung. Denn ihr wollt ja nicht ständig aufpassen müssen, steckt jetzt die EcoFlow, steckt jetzt der Landstrom. Das ist natürlich schwierig. Also gehen wir mit der EcoFlow in die Netzvorrangschaltung, genauso wie wir mit dem Landstrom in die Netzvorrangschaltung gehen. Und jetzt gehen wir mit dem Ausgang von der Netzvorrangschaltung wiederum in die Einspeisung Wohnmobil. Und jetzt regelt alles dieses Kästchen. Also EcoFlow steckt. Okay, eingeschalten. Ich habe 230 Volt. Jetzt gehe ich aber raus. Vergesst, dass die EcoFlow steckt. Gehe raus. Steck mein Landstrom an. Überhaupt kein Problem. Die EcoFlow wird es richten. Dementsprechend, also der Landstromkasten wird es richten. Der schaltet um. Die EcoFlow wird auf Seite geschaltet. Der Landstrom wird durchgeschaltet. Alles funktioniert, ohne dass es Kurzschlüsse gibt, ohne dass irgendwas fliegt oder unsicher ist. Eine relativ einfache Geschichte. Kostet halt ein paar Mark mehr, weil man dementsprechend ein paar Euro mehr, Entschuldigung, für die Verbesserer, die mich immer gut korrigieren, wenn ich mir verspreche. D-Mark gibt es nicht mehr. In Euro kostet ein paar Euro mehr, weil die Landstrom, also sprich die Netzvorrangschaltung, natürlich als solche ein Bauteil ist, was Geld kostet. Dann natürlich der Fi, der Kästchen. Das muss man natürlich alles bauen. Und dann kann man das auch anschließen. Ja, man kann es auch selber, weil grundsätzlich muss man nur zwei Kabel anschließen. Aber besser ist es natürlich, es macht ein Fachmann, weil es sind 230 Volt. Wo natürlich ein zertifizierter Betrieb auch eine Genehmigung dafür braucht, dass er das tun darf. Und nicht einfach irgendjeder Wild dahergewordene sich das montierend, weil 230 Volt kann auch gefährlich sein und ist nicht ganz so lustig. Ja, und schon hält man dann die EcoFlow im Trockenen stehen und kann auch damit Dauereinspeisung betreiben. Ob es jetzt sinnig ist oder nicht sinnig, das entscheidet ihr. Das ist euer Thema. Ich sage nur, wie die Möglichkeiten liegen und was geht und was nicht geht. Alles andere, ob ihr das wollt oder nicht, ob das für euch passt oder nicht, ob das für euch in irgendeiner Form sinnig ist oder nicht, das müsst natürlich ihr entscheiden. Ja, Leute, bei uns ist jetzt der Regen ausgebrochen. Ihr hört es vielleicht am Prasseln vom Dach. Echt krass. Ich sage hier ganz, ganz lieben Dank. Unser Video ist hier aber auch am Ende. Das ist ein kleines Update-Video. Einfach Thema EcoFlow-Update, damit ihr wieder am Laufenden seid. Über die Einspeisung, wie das mit der Netzvorrangschaltung funktioniert, da mache ich ein besonderes Video und zwar mit Markus, Fan4Van, auf seinem Kanal. Da nehmen wir euch mit und verweisen dann auch auf unseren Kanal, weil wir dann spezifisch noch ein paar andere Dinge mit andeuten und da freue ich mich schon richtig drauf. Zwischendrin wird es allerdings wieder mal Einbau-Videos geben, was wir da alles machen, Einbau-Kompressor-Kühlschrank und so weiter. Ganz wichtige Themen, schöne Themen, freue mich drauf und dann nehme ich euch auf alle Fälle wieder mit. Und wenn ihr verrückt seid, lasst mir einfach ein Like da, gefällt mir, ist gut, motiviert uns auch weiter zu tun. Und wenn ihr ganz irre seid, abonniert meinen Kanal mit der Glocke, dann ist alles gut. Und ihr verpasst nicht mehr, was ich euch alles zu sagen habe, beziehungsweise was ich euch alles mitteilen möchte, wo ich euch überall mitnehmen möchte. Ganz wichtig und ja, dann danke ich euch, bleibt gesund und ich sage bis zum nächsten Video und sage ciao. Bis zum nächsten Mal.